Für mich stellen sich angesichts dieser Mordserie und des laufenden Prozesses vor allem zwei beunruhigende Fragen. Die erste, welches Erklärungsmuster steckt eigentlich hinter dieser Serie von Pleiten, Pech und Pannen bei den Ermittlungen zu diesen neuen Morden an Migranten und an der Polizistin, die sich ja über lange Jahre hinweg erstreckt haben, in denen die NSU, der nationalsozialistische Untergrund, weitgehend unbehelligt sein Unwesen treiben konnte. Gibt es da Vorurteilsstrukturen in den Ermittlungsbehörden? Gibt es eine systematische Unterschätzung der Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen? Also was hat dazu geführt, dass man die Täter vor allem im Umkreis der Opfer gesucht hat? Und die ganze Zeit dieser Fata Morgana nachlief, das wäre eine Türkenmafia, die für diese brutalen Morde verantwortlich sei. Das ist schon eine Frage, die sich die Polizei und der Verfassungsschutz jetzt gefallen lassen müssen, auch sich auf die eigenen blinden Flecken und den eigenen strukturellen Rassismus hin befragen lassen zu müssen und sich selbst damit auseinanderzusetzen. Und die zweite beunruhigende Geschichte ist, wie weit diese radikale Form des rechten Terrorismus die Spitze eines ganzen Eisbergs darstellt von fremdem Hass und völkischem Denken, das eben doch immer noch tief in unsere Gesellschaft hineinreicht. Und das ist keine Frage, die alleine von Polizei und Justiz beantwortet werden kann, sondern das ist eine Frage auch an die Zivilgesellschaft, an uns alle, unser Denken, unsere Sprache, unsere Einstellungen, unsere Haltungen, unsere Vorurteile zu überprüfen und Zivilcourage zu entwickeln, wenn es darum geht, für Gleichheit und für Respekt und für Menschenwürde einzutreten. Die beste Versicherung gegen solche Gewalttaten, das ist eine demokratische Alltagskultur. In den Schulen, in den Stadtvierteln, in den Vereinen, darauf kommt es an.